Hallo, hi, man kann mich hören. Sehr schön. Vielen Dank für die Möglichkeit zu dieser späten Stunde auch von meiner Seite noch die Möglichkeit zu haben, ein paar Überlegungen mit Ihnen euch zu teilen. Zum Ende hin will ich tatsächlich noch mal ein bisschen philosophischer werden. Ein paar Gedanken teilen zur Idee von Öffentlichkeit und anschließend tatsächlich eine Projektidee des Verbunds Öffentlicher Bibliotheken Berlins, dem Föp, skizzieren, das sich hier mit diesem Thema befasst und sich konkret um digitale dritte Orte dreht, bevor ich dann ebenfalls mit einer Frage schließe. Richard Oven, ein geschätzter Kollege und Direktor der Budleian Library in Oxford vermittelt mit seinem zuletzt publizierten Manifest zur Geschichte bedrohter Bücher eine klare Botschaft. Er sagt, wenn Wissen und Wahrheit gezielt angegriffen werden, sind Bibliotheken starke Bollwerke zu ihrer Verteidigung. Mir kommt dabei ein weiterer Gedanke, wenn Bibliotheken existieren, um Wahrheit zu schützen, dann müssen sie ebenso Öffentlichkeit stärken. Denn wie können wir ohne Öffentlichkeit überhaupt feststellen, was Wahrheit ist? Wie können wir ohne Öffentlichkeit Wahrheit und Wirklichkeit von Lüge, Fake News oder Desinformation unterscheiden? Als Leiter einer Bibliothek frage ich mich also, was können Bibliotheken zur Bildung von Öffentlichkeit beitragen? Mit Jürgen Habermas im Gedanken meine ich, Bibliotheken müssen Raum bieten, damit die Menschen über private Belange hinaus resonieren können. Sie müssen also einen Raum bieten, in dem die Menschen eigene Urteile durch Lesen, Reflexion und schließlich durch Diskussion mit anderen bilden können. Der Habermas, der hatte hier noch die Kaffeehäuser und Salons des europäischen 19. Jahrhunderts vor Augen. Möglicherweise die Urtypen des dritten Ortes in Europa, die es damals noch vornehmlich weißen Männern ermöglichten, sich in einer Monarchie von einer literarischen, zunächst noch eher privaten Gesellschaft, in eine demokratiefordernde bürgerliche Öffentlichkeit nachzuwandeln. Aber Moment, zugegeben, ist diese Idee von einer bürgerlichen Öffentlichkeit angesichts unbegrenzter digitaler Sphären im heutigen 21. Jahrhundert nicht etwas old-fashioned? Vielleicht. Aber hat sich denn irgendwo in den unendlichen Weiten des Digitalen dieses Ideal von Öffentlichkeit, also als ein herrschaftsfreier Raum, in dem uns allen der egalitäre Austausch von Argumenten und Perspektiven möglich ist, denn schon verwirklicht? Klar, digitale Öffentlichkeiten lassen sich viel niedrigschwelliger und vernetzter begreifen als jeder Küchen-, Kaffeehaus- oder Kneipenstammtisch dieser Welt. Aber sie bilden gerade für unsere gesellschaftliche Mitte allzu oft eine willkommene Sphäre für die gedankenlose, weltentfremdende oder aber auch sehr bewusste Verbreitung von Hassrede, demokratiefeindlicher Hetze und wirklichkeitsfernen Fake News. Die Übernahme von Plattformen wie Twitter durch einzelne Privatpersonen bekräftigen zudem Überlegungen von Menschen wie Habermas, der in diesem Kontext von einer Refeudalisierung der Öffentlichkeit spricht. Nicht wir entscheiden über die Gestaltung unserer gemeinsamen öffentlichen Welt, sondern einzelne Konzerne oder eben gar Privatpersonen. Unsere Öffentlichkeit, so scheint es, sie wird uns vorgegeben. Es bleibt auch fragwürdig, ob sich echte Öffentlichkeiten auf den kommerziellen Social-Media-Plattformen wirkmächtig entfalten können. Alleine schon, weil dort Vernunft, Wahrheit und Wirklichkeit weniger durch den Austausch von neuen Perspektiven und besseren Argumenten bestimmt werden, sondern vielmehr durch die Anzahl von Likes. Wahr und richtig ist bereits, was die meiste Zustimmung verbuchen kann und die meisten Likes erhält, wer am besten affektiv triggert und zwar völlig egal, mit welchem Inhalt. Wahr und richtig ist damit zudem, was Algorithmen, was von Algorithmen getragen wird, welche diese affektive Aufmerksamkeit steuernd aufgreifen und die aber gerade für maximales Engagement auf der Plattform optimiert sind und nicht entlang von Nützlichkeit, Relevanz oder aber eben besseren Argumenten. An die Stelle des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments tritt der zwanghafte Zwang des besseren Posts, wie Norman Marquardt mal bei Deutschlandfunk getitelt hat. Und an diesem Punkt teile ich auch die Sorge von Hartmut Rosa, den, da möchte ich ihn zitieren, die immer rigorosere Trennung der Lebenswelten, unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und das progressive Auseinanderdriften ihrer kulturellen Praktiken und damit auch ihre Meinungs- und Wissensbestände, Zitat Ende, beunruhigt. Er sieht, und jetzt zitiere ich weiter, dass die Bewegungspraxis und Informationsräume kaum mehr in Berührung und noch weniger in einen Austausch miteinander kommen. Zitat Ende. Mit Unbehagen denke ich ebenfalls darüber nach, dass es offensichtlich immer mehr Menschen, dass offensichtlich immer mehr Menschen sich in einer zunehmend abgetrennten und einzig mit Nachrichten aus Facebook x und co gespeisten Lebenswelt befinden, mit ausschließlich rechtsextremen Informationsräumen, aus denen sie ein geschlossenes, antidemokratisches Weltbild generieren. Und das in der Mitte unserer Gesellschaft. Und dann stelle ich mir die Frage, wie wir dieses Auseinanderdriften verhindern und wo die Orte sind, an denen sich unsere Lebenswelten wieder begegnen und in einen Austausch treten können. Denn es bleibt, angesichts der historischen Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts, sowie die globalen Geschehnissen des noch jungen 21. Jahrhunderts, bleibt es für uns alle unverzichtbar, die, ich zitiere, Gegenwart anderer erfahren zu können, die sehen, was wir sehen und hören, was wir hören, wie Hannah Arendt einmal treffend geschrieben hat, denn sie versichert uns der Realität der Welt und unserer selbst. Terror, so war Arendt zu ihren Lebzeiten überzeugt, wenden totalitäre Systeme nicht zum Selbstzweck oder zur bloßen Machterhaltung an, sondern um Menschen gezielt voneinander zu isolieren, damit sie nicht mehr fähig sind, eine andere Realität als die durch totalitäre Propaganda Vorgegebene erfahren zu können. Was würde Arendt wohl heute über die Mechanismen kommerzieller Social-Media-Plattformen denken und schreiben? Würde ein neuer totalitärer Staat heute blanken Terror überhaupt noch brauchen? Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass es gerade wegen der schier unendlichen Weiten der digitalen Welten stets auf einer Rückkopplung mit oder vielmehr in den physischen Welten bedarf, also räumlicher Orte, um sich unserer gemeinsamen Realität versichern und eben auch, um die für eine Demokratie notwendige Öffentlichkeit entfalten zu können. Und hier möchte ich dann wieder zurückkommen zu den Bibliotheken und möchte euch ein paar Überlegungen teilen aus unserer Bibliotheks-Community hier in Berlin. Denn im FÖP fragen wir uns schon eine Weile, ob wir Bibliotheken neben physischen Räumen auch virtuelle Begegnungsorte, also eine digitale Plattform zur Bildung von Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollen. Angesichts der Dominanz kommerzieller Plattformen und ihrer anhaltenden hohen Beliebtheit scheint diese Frage auf den ersten Blick vielleicht etwas müßig. Ich möchte mir mit Ihnen und euch aber dennoch mal so eine Plattform kurz etwas konkreter vorstellen. Eine Plattform, die Öffentlichkeit für unterschiedliche zivile Initiativen und Kleinstgruppen, von der Nachbarschaft und Hausgemeinschaft über Lerngruppen bis hin zu BürgerInnen-Initiativen ermöglicht und diese gebührenfrei, auch nicht auf Kosten von persönlichen Daten miteinander verknüpft. Unmittelbar in dem Moment, in dem ein Bibliotheksausweis ausgestellt wurde. Eingerichtet mit Algorithmen, technischen Mechanismen und Designprinzipien, die herrschaftsfreie Diskurse fördern und nicht kommerzielle Interessen von Großkonzernen, wirren Ansichten einzelner Milliardäre sowie Fake News und antidemokratischer Hassrede. Ein Ort, der die physische Öffentlichkeit mit der digitalen verbindet. In diesem Sinne bereitet der FÖP mit der Förderung von der Senatsverwaltung für Kultur aktuell das Projekt Bibliothek als digitaler dritter Ort vor. Dieses Vorhaben positioniert sich an der Schnittstelle zwischen digitaler Kompetenz und digitaler Souveränität. Es erfolgt die Idee, dass Bibliotheken als stadtgesellschaftliche digitale Zentren fugieren können. Bibliotheken genießen, wie vielleicht nur wenig andere öffentliche Institutionen in der Gesellschaft ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Beides Werte, die in der digitalen Welt zunehmend unter Druck stehen. Wir meinen, die Menschen in Berlin verdienen einen zuverlässigen, einen sicheren digitalen Begegnungsort und zwar auf einer sehr konkreten, sehr hyperlokalen Ebene. Statt nun aber den Versuch zu machen, einer Konkurrenz zu kommerziellen Social-Media-Plattformen oder die Angebote und Services unserer Bibliotheken in der physischen Welt einfach nur virtuell zu spiegeln, wollen wir bei unseren Vorhaben an unseren Stärken ansetzen, von denen ich mal eine rausgreife. Vor der Pandemie haben wir an unseren rund 80 Bibliotheksstandorten in dieser Stadt jährlich rund 9 Millionen Besuche verzeichnet. Das sind Menschen, die unsere Medien, unsere Programmarbeit oder unsere Infrastruktur zum Lernen, Lesen, Nachdenken oder zum Begegnen nutzen. Und für diese Menschen wollen wir mit unserem Vorhaben so eine Art Schwungrad entwickeln, bei dem sich der physische Begegnungs-, Wissens- und Lernraum-Bibliothek einerseits und ein neu zu errichtendes Online-Netzwerk andererseits gegenseitig verstärken. Und noch dazu mittels bereits etablierter digitaler Techniken und Tools, die schon Open-Source-basiert existieren und nicht erst noch entwickelt werden müssen. Wie soll das aussehen? Ich versuche mal zwei mögliche Use Cases zu skizzieren, die jedenfalls mir und uns da so vorschweben. Erster Fall, vom Physischen ins Digitale und immer so weiter. Stellt euch vor, es kommen Menschen zu einer Abendlesung und Diskussion mit Fachleuten in die Bibliothek zum Thema Mobilität und Verkehr in der Großstadt. Im Laufe des Abends entwickelt sich eine intensive Diskussion, die aber je beendet wird, weil die Bibliothek schließt. Dabei gäbe es noch großen Diskussionsbedarf unter den TeilnehmerInnen, die sich an dem Abend überhaupt erst kennengelernt haben. Aber die Bibliothek macht es möglich. Eigens zu diesem Zweck wurde vor Beginn der Veranstaltung ein QR-Code an die Wand gehängt, der die Diskutanten unmittelbar und ohne Umwege in einen digitalen Raum leitet, der ausschließlich für Sie und ausschließlich für die weitere Diskussion zu exakt dem Abendthema eingerichtet wurde. Und dann, so stelle ich mir vor, in den folgenden Tagen bildet sich ein harter Kern von Menschen in diesem Raum, die von diesem Thema noch immer bewegt werden und es entsteht der Wunsch, sich wieder physisch zu treffen. Und an diesem Punkt nutzen Sie die Möglichkeit eines Terminplanungs- sowie Raumbuchungstools, das Sie in Ihrem digitalen Raum vorfinden, um sich bald wieder in einer Bibliothek zu treffen, in einem eigens für Sie reservierten physischen Raum. Und einige von Ihnen bringen vielleicht noch Leute aus der Nachbarschaft mit und in dieser Gruppe entsteht bald die Frage, wie sich der öffentliche Verkehr in Ihren Kiezen verbessern lässt. Diese Frage nehmen Sie nach Ihrem Treffen mit in Ihren digitalen Raum. Einzige Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Raumes? Ein Bibliotheksausweis. Zweiter Fall. Vom Digitalen ins Physische und immer so weiter. Eine Gruppe von Leuten hat gemeinsam eine Idee entwickelt, Wissen dazu untereinander geteilt, das wirklich gut durchdrungen und dokumentiert. Sie wollen ein Archiv für 3D-Druckvorlagen entwickeln. Nun wollen Sie diese Idee mit anderen Leuten teilen, in der Hoffnung, dass sich weitere Anhänger in Ihrer Idee finden und in der Hoffnung, dass Sie anderen mit dieser Idee helfen können. Dazu nutzen Sie die digitale Plattform des Föp, in der Ihnen Cloud-Speicher für dieses Archiv gebührenfrei zur Verfügung gestellt wird. Und es zudem in Ihrem Katalog verschlagwortet, selbstverständlich, wir sind in der Bibliothek, wir machen das, mit anderen Titeln aus den Medienbeständen zum Thema vernetzt, nachweist und anderen vollumfänglich und frei zugänglich zur Verfügung stellt. Andere Menschen haben durch die Föp-Plattform aber nicht nur vollen Zugang zu diesem Archiv und können dort eigene Druckvorlagen ablegen, sondern auch die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit der ideengebenden Gruppe. Mit der Etablierung dieser Datenbank für 3D-Druckvorlagen hat die Bibliothek zu diesem Zweck aber auch wieder automatisch einen digitalen Raum eingerichtet, ausschließlich zum Austausch über 3D-Druckvorlagen direkt mit den Ideengeberinnen und weiteren Interessierten. Einzige Voraussetzung, diesen Raum beitreten zu können? Ein Bibliotheksausweis. Bald bildet sich in diesem Raum ein harter Kern an Interessierten und es entsteht der Wunsch, sich nochmal physisch zu treffen, um diese Idee gemeinsam weiterzuentwickeln. Dazu nutzen Sie das Terminplanungsraumbuchstool ihres digitalen Raumes. Kurze Zeit später trifft sich eine kleine Gruppe von Leuten in einem eigens reservierten Makerspace in ihrer Kids-Bibliothek. Einige bringen Freunde mit, die sich über einen QR-Code an der Wand dieser jungen Community im digitalen Raum anschließen. Einige Zeit später gründet diese Gruppe mit Unterstützung des Föp ein Repair-Café-Format, das auf Grundlage des stetig wachsenden Archivs in mehreren Bezirksbibliotheken regelmäßig angeboten wird. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk in der Stadt, das sich überall ausspannt. Und damit komme ich zum Schluss. Wie gesagt, bei diesem Vorhaben, wir sind wirklich noch ganz am Anfang und wissen echt noch nicht so genau, wo das uns hinführen wird. Und ob wir auch dazu beitragen, dieses Auseinanderdriften unserer gemeinsamen und doch so verschiedenen Lebenswelten zu stoppen. Aber wir sind sehr bereit, für ein solches Prototyping Ressourcen aufzuwenden, um es herauszufinden. Denn es stimmt, Habermas Ideal eines herrschaftsfreien Raumes zum Austausch von Argumenten, das hat es noch nie in Wirklichkeit gegeben. Und wir Bibliotheken alleine, wir können so eine derart anspruchsvolle Vorstellung von Öffentlichkeit nicht nachhaltig herstellen. Um Öffentlichkeit zu stärken, bleibt somit nicht nur ein Gemeinschaftsprojekt von uns allen, sondern immer auch ein Wagnis. Und nun lautet meine abschließende Frage, wie könnte ein solch hyperlokales Schwungrad zwischen der digitalen und physischen Welt unsere Stadtgesellschaft in Berlin noch weiterbringen? Vielen Dank für den letzten Rest an Aufmerksamkeit. Vielen Dank.